Was ist denn? Wie geht's? Du bist okay? Und jetzt? Du bist ja einfach der einzige! Jetzt machen wir den richtigen Simulator, die Innenkamera an... Oh, hallo! Entschuldigung! Mal kurz durch! Die einzige Möglichkeit, den richtigen Bus zu fahren... ...wann kann man die Heilsstelle niemals anfahren... ...und jetzt? Guckt euch das an hier! Ha! Das ist ja cool hier! So, jetzt geht's hier weiter... Hallo? Also klar, die Qualität, die ich jetzt nicht sieht... Cool! Gleich wieder hier in die nächste Ampel... ...mach kommt! Mal gucken, ob es jetzt lange dauert oder ob es schnell geht! Okay, das wird natürlich euch die ganze Mission ähm... ...mitverfolgen lassen, bis die... ...bestanden nicht... ... damit ihr auch merkt, ich hat nicht nur was mit Bus zu tun... ...mach ich euch dazu geholt habe... ...nein, nein... Wir machen die ganze Mission jetzt mal... ...und dann könnt ihr doch mal überlegen, ob ich mehr von GTA irgendwie zeigen soll... ...oder eher nicht... ...haha... ...und dann ist wohl nicht so süsser... ...haha... ...und dann ist doch so... so hat der school da wird mehr missionen geben ganz ehrlich wir halten auch mal an wollen den bus die kaputt machen folge ich noch nicht denken irgendwie hier wir haben kein führerschein ja weil wir haben ja richtig mehr menschen an bord und bei 1 2 3 4 5 6 7 8 ob es da irgendwie was ändert er gibt sich auch um so weiter vielleicht so irgendwie schon busfahr mod oder dass man wirklich alles anfangen kann weil da wurde alles ausmodelliert übrigens wer auch gta spielt ne ich heiße hier auf einen social medien könnt ihr mir gerne von der anfrage schicken dave 2 dave 2 wie auch mal hier kanal heißt manchmal mit dave 2 1 glaube ich bei origen ansonsten immer nur 6 2 könnt ihr und wenn man irgendwie noch ein kommentar dazu sein kann kann jetzt sagen hier ich komme von einem kanal ja also wie in der hat und wirklich freuen vielleicht wird man sich auch mal in dem spiel her wenn wir vielleicht mal drüber ja das dauert und schon lange Oh, ich glaube, hier ist die Situation, oder? Entschuldigung, aber ich wollte mal kurz wegschalten. Oh, ich habe Geigel. Ich habe Geigel an Bord. Oh, ich darf gar nicht mit dem Bus fahren. Halt, ich traurigere Auto. So. Nein, aus, 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 aus. So, ich muss mal schnell das Gebiet verlassen und dann... Was heißt? Ich habe jetzt auch alles nur improvisiert, wenn ein Ton oder irgendwas nicht passt. Solange ich jetzt finde, dass man versteht, lade ich jetzt hoch, weil ich habe ja jetzt über den Xbox-Controller aufgenommen. Kennt ihr bestimmt. Wenn man auf den Xbox-Controller drückt, kommt das Menü hier auf, wo man auch aufzeichnen kann. Ja, alles drum und dran. Also, die Information satt. Äh, da wird die Aufzeichnungsmenü mal genommen, ja. Die Aufzeichnungsmenü quasi vom Windows und nicht das externe wie OBS. Warum hat mich über diesen blöden Transporter jetzt hier gerade geklaut, ey, Mann. Oh, da kommt der Krankenwagen, den ich gerufen, äh, wegen meiner Person, die ich aufgestellt habe. Ich bin nicht mehr so lange hier, ey. Ich bin nicht mehr so lange hier, ey. Ey, ne, ich bin nicht wieder, wenn ich ins Autobahnkreuz geraten, ich hasse das. Entschuldigung, darf ich mal kurz? Ah. Green Light, gut zu gehen. Ja. Ja. Äh. Ich glaube, er wird die einige Mission gewesen sein. Der Mord im Bus, so wurde ich genannt. Alles klar. Äh, guck mal, er weiter, benötige Zeit. Neun Minuten, okay. Bonus, Fahrerflucht. Nein, nein, verdiene ich Geld. 5.000, ja gut. Ja, das wollte nur noch mal gezeigt haben. Danke. Bis zum nächsten Mal.